Wer gewinnt? Äh, Schweine. Hast du wieder Geld gewettet? Alter, guck dir das mal an, ne? Schweine! Bitte, Max! Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht sie gerade, ich bin mal wieder bei einem Vlog unterwegs an einer Radstätte. Ihr kennt es, Freunde. So, da vorne ist, es ist einfach, ich check's gar nicht, es ist einfach Schnee. Freunde, wir sind auf jeden Fall unterwegs mal wieder nach Köln und zwar zu dem Boxkampf von Trimax gegen Micky. Und da sind echt geisteskrank viele YouTuber auch am Start. Ich bin wirklich mal sehr, sehr gehypt. Der heutige Vlog wird wirklich wahrscheinlich wieder unglaublich krass. Wir werden wahrscheinlich sehr viele Leute wieder treffen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schaut den Vlog bis zum Ende. Viel Spaß, jetzt geht's los. So, Freunde, wir haben jetzt Samstag. Es ist jetzt gerade 16.10 Uhr knapp. Um 16.30 Uhr ist der Einlass beim Box-Event. Ich kann euch mal kurz zeigen, mit was für einem Outfit ich da heute hingehe. Ich habe mir heute so eine neue Hose gekauft, auf Empfehlung meiner Freundin. Finde ich, sieht ganz, ganz clean aus auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, Freunde. Outfit 1 bis 10. So, Freunde, es ist schon ziemlich voll, muss ich sagen. Wir sind jetzt hier einmal bei der Akkreditierung. Und hier hinter uns sind auch Lukas und so. Und jetzt geht's schon ganz ran. Eieieiei. Freunde, wir sind jetzt endlich drin. Ey, es hat so lange gedauert. Ich habe jetzt nicht mal mein richtiges Bandchen. Ich bin jetzt Gast. Gucken wir jetzt hier mal rein, wie das Ganze aussieht. Ich muss mal erstmal hier. Oha. Ja. Oha. Ach du Scheiße, das ist ja geistkrank voll. So, Freunde, Gast Nummer 1, Mr. Brox. Wer wird gewinnen? Trimax oder Micky? 100% Trimax. Ja? 100% Trimax, ja. So, Mr., da bist du wieder. Da sind wir wieder, Digga. Da sind wir wieder. Was ist dein Tipp? Bei allen oder du kannst es nur bei Trimax und Micky sagen? Okay, also Trimax und Micky, pass auf. Hast du wieder Geld gewettet? Nee, noch nicht. Noch nicht? Noch nicht? Okay. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass Micky es holen. Echt? Ja. Wer wird gewinnen? Trimax? Ich trafen aus. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier den nächsten Gast mit am Start und zwar den guten Marius. Was geht? So, Marius, was ist dein Tipp für heute Abend? Ich habe so ein bisschen neben dem Fisch und ich hoffe es nicht, dass wenn der einmal richtig Schwinger landet, passt dann Micky echt schwierig. Weißt du, ob die mit Kopfschützen macht? Weiß ich nicht. Okay, weißt du nicht. Ich nicht. Max, schnell deinen Tipp, Bruder. Wer gewinnt? Trimax. So, Stell noch ganz schnell. Dein Tipp. Mein Tipp. Wer gewinnt? Trimax. 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 Sehr beeindruckend, wie viele Menschen hierher gekommen sind. Wir waren ja vorhin da oben. Da hat man so eine Vogelperspektive gehabt, das war schon echt beeindruckend. Die Stimmung ist krass auf jeden Fall. Für dich geht's heute Abend mehr um nur einfach das Zusehen, sondern wir sehen da hinter dir auch eine Person, die mit dir gewesselt hat. Kannst du noch mal kurz sagen, um was es da überhaupt ging? Ja, da wir beide eine Neigung zur Spielsucht haben, haben wir spontan uns entschlossen, um hier das 10.000 Euro zu setzen. Also ich hab 10.000 Euro auf Trimax gesetzt. Jetzt haben die hier einen Special Guest mit am Start. Komm, ich mach mal, Alter. Ey, ich freu mich sehr. Wo läuft das? Äh, kennst du das? Ja. Ja. Spiel ich immer. Sehr gut. Ich wollte ganz liebe Grüße schicken. Der Mann bereichert die Veranstaltung ungemein. Was war's denn? Wirklich. Was ist denn jetzt dein Tipp? Mein Tipp? Ja. Trimax. Trimax. Alter, guck dir das mal an, ne? Schau mal. Tschüss. So, Freunde. Der nächste Special Guest mit am Start. Und zwar der gute... Also aufgeregt. Ein Vlog. Ja, der Guest. Was ist... Hier ist wieder ganz so gut. Der kommt zu einem weiteren Gastauftritt. Ganz kurz dein Tipp. Eben. Trimax. Okay. Danke dir. Okay, Freunde. Jetzt bin ich hier mit dem Sand. Hallo. Hast du dein Tipp? Nein. Ich glaube... Weißt du was? Ich glaube Trimax. Ja. YouTuber nach YouTuber. Der nächste ist der gute Chris B. Hello. Es ist ja wirklich schön. You for all can learn. Ja. Eben so. Wie wirkt es auf dich das Ganze? Digger. Ja. Unnormal. Aber was ist denn dein Tipp? Trimax und Vicky überhaupt aufkommt? Ich glaube... Mein Meinung nach hier ist der mit mehr Gericht gewinnt. Also. Und das ist das Team von Mark. 20 Kilo sogar. Wir kommen. Das hat schon wieder aus bei uns. Safe. Also Meister. Trimax oder Vicky? Es ist Vicky. Obwohl ich beide liebe. Aber es ist Vicky. Ich habe hier noch zwei Special Guests mit am Start. Einmal den Big Spin. Und... Floppy, hallo! So. Also, schnitt mal beide kurz ab. Wer gewinnt den 6-Jahren Vicky? Trimax. Trimax wird auf jeden Fall gewinnen. Der wird Vicky kaputt machen. W python. Regimeocado. W blatt und berguet auf jeden Fall gewinnen. Die, die Ihnen kommen cupf Elena auf dem water ganz frisch gewinnen. Gerdt auf den Werbung, Dein давайте prüren. Aber die wake-ailleurs ist mich. Ich dachte für die Menschen. Die, die Lage. Quer. Rund 2 für Runde 1. Rund 2 für Rund 2 für Rund 2. 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 Rund 2 für Rund 2.